Mein Name ist Vienna C.C. und ich komme aus Wien. Ah, Wien. Also, ich wäre gerne Franz Schubert oder Johann Strauss. Aber warum nicht Wolfgang Amadeus Mozarts? Da schau, Amadeus und da haben wir gleich eine Schokokugel. Leider habe ich kein Klavier, aber eine Gitarre. Ein gescheiter Mann hat einmal gesagt, jeder hat ein zweites Ich. Die Frage ist nur, welches der beiden ist des Wohre? In diesem Sinne leben wir den Traum. Die Frage ist nur, welches der beiden ist das Wohre? Die Frage ist nur, welches der beiden ist.